Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf Himmelgeist. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 50 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 640 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.